Hallo und herzlich Willkommen zu Mentor Studio. Ja, heute spielen wir Angry Birds, das sollte jeder kennen. Wenn nicht, werdet ihr es jetzt kennenlernen. Dann machen wir Play und Google Chrome. Also das Spiel ist eigentlich nicht so schwierig zu erklären. Also man hat ein Katapult oder so ein Katapult ähnliches und so Vögel und dann muss man probieren, diese grünen, das sind Schweine, glaube ich, Schweine abzuschießen. Wenn man alle gekillt hat in einem Level, hat man das Level geschafft. Ja, und dann gibt es noch spezielle, zum Beispiel dieser rote ist der ganz normale, die anderen haben so spezielle Fähigkeiten. Aber ich habe es ja auch beim iPhone und so, iPod, iPad und App. Da hatte ich das auch mal. Also habe ich, ja, ein anderes Mal. Einfach, ich hatte dort nicht so viel Spaß. Ja. Die Uhr. Kommt gerade noch Musik. Noch Google Chrome Zeichen. Play now on Facebook. Ne, machen wir mal. Machen wir das. Jetzt müssen wir uns login to play machen. So, es geht Level 1. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also übersetzen wir mal auf Vögel sprach. Die haben die, die Eier haben die verloren, also gestohlen wurden. Die haben da die Eier. Diese Schwänchen. Ja. Im Grunde sind die, die sind dann jetzt wütend auf die. Dann sind sie auch angry. So, und hier zeigen sie es auch. Du musst die zerstören. Jetzt zieht man nach hinten. Und schon. Jetzt schießen wir einfach mal. Stop. Und er ist gestorben. Und das gibt Punkte für uns. Ja, wir haben ein Leben geopfert. Jetzt gibt man Punkte für die, die man noch übrig hat. 10.000, umgedacht zu sein. Warum nur 1? Vielleicht brauchen wir es mal noch. Egal. 2 sind auch gut. Nicht so sehr wenig. Das wird wieder ein bisschen schwieriger. Da werden wir mehr Fügel, oder? Ja. Nein, nein. Was geht runter denn? Alles, äh, muss ein bisschen nach unten. Noch. Naja. Oh. Noch nicht so schlecht. Zwei aber nur. Weil dort schauen. Ja, schieß. Ja, 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 ja. Nicht ganz. Ich glaube, ihr könnt das besser. Ja, das ihr, ihr seht, könnt. Da oben. Ist von... Nein, noch weiter unten. Schau, da sieht man die Linie. Aber drückst du. Nein. Oh, no, 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 no. Na, kannst du dann nochmal schließen. Ja, so. In your face. Gibt ja einen Stern, glaub ich. Aber hier, angrybirds.com, ist das Ganze. Yay, ein Stern. New high score. Also wir haben das noch nie gespielt auf dem Computer. Ja, hier kann man auch da ganz viel Werbung für Angry Birds Star Wars. Get 5 Dollar. Äh, 5 Euro. 5 Euro. Euro? Was ist das? Egal. Kann man nicht schauen. Nee, das kann man wohl nicht. Auch? Auch nicht? Auch egal. Oh. Ein Smiley. Oh, oh, wer ist der Champ? Das ist nichts mehr so. Ach, ich glaube, das Smiley darf man nicht zerstören. Glaube ich. Aber ich weiß es nicht genau. Oh, yay. Wir sind besser geworden. Können wir uns noch login, install, play offline. Ja, aber wir machen jetzt nichts offline. Darf ich mal probieren? Oh, nein. So, soll es so? Ja. Das Glashaus? Nee, ich glaube, es geht jetzt Glas kaputt. Mach schießen wir nochmal. Wir werden ja sehen. Nein. Nein. Nochmal. Wir sind bei der Schusslinie, also ein bisschen mehr so. Ja, wir haben uns gesehen. Ja. Ja, wir haben uns gesehen. Die Sterne brauchen wir hier nicht. Ah, da, 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 da. Es ist so einfach, wir können ja verlieren, verlieren nun. Nein. Nein. Hat überlebt. Obwohl es nur einer war. Level failed. Level failed. Jetzt lachen die uns aus, die Schweine. Ja, dann machen wir nochmal. Das ist nochmal ein Zeichen, wenn ihr das richtig benutzt. Country, Recycling oder so. Ja, so. Perfekt, Perfekt, du. Schuss. Baaah. Tsch, tsch, tsch. Oh. Aber trotzdem. Können wir dann nochmal so schießen, oder? Mhm. Schuss. Nee, das Stein ist zu hart. Das ist aber unsere. Köpfe sind noch härter. Mhm. HD. Machen wir HD. HD. Ich schon HD. Kein SD. Kein SD. Oh. Nee, das... Hä? Geht doch gar nicht. Doch. Vielleicht schon. Fuck. Fuck. Ja, jetzt haben wir es geschafft. Bravo. Aber wir kriegen nur einen Stern oder gar keinen Stern. Es ist nur 11, nee, ich glaube gar keinen. PC-Game. Jetzt lachen die. Äh, allen. Ich glaube, 10.000 bekommen wir einen. So, jetzt hoffen wir kriegen wir einen neuen. Sonst müssen wir immer mit einem anderen. Nee. Nee, oh. Schuss, schieß einfach drauf. Schuss. Jetzt geht's los. Tisch. Oh, 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 das... Nein, nein. Stehen. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon. Stehen. Nein. Jetzt machen wir den Stehen. Oh, yeah. Nein. Nein, das kann doch nicht wahrsehen. Ach, nein. Nein, nur der Stein kann ihn zerhämmern. Ich glaube, wir müssen wiederholen. Ah, her. Siehst du, nur der Stein oben kann ihn zerhämmern. Wir müssen wiederholen. Nee. Wir müssen wiederholen. 34, obwohl wir jetzt 34.000 hätten. Das hätte drei Sterne entfügt. Wir müssen irgendwie den Stein runterkriegen. Ja, los. Schuss. Ja, komm Stein, Stein, komm runter. Steine, Alter. Wir haben noch ein paar. Ich glaube, jetzt musst du runterschießen. Also auf den untersten Block. Ja, kurz. Nee, hat's vollgebracht. Ja, das sollte so sein. Ist also geplant. Nein, 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 nein. Komm schon. Nein. Das gibt's doch nicht. Nein. Oh, Star Wars. Click here to download. Wer ist das? Braumer. Braumer. Ja. Fahriere. Komm jetzt. Nein, nein, nein. Oh. Ne, nein, nein. Komm schon, komm, komm. Komm schon. Fahr runter. ich bin so ist die Runde und eine die Karte machen kommen sie viel zu steil viel zu steil wenn er jetzt hier wäre würde er vielleicht zerstört werden noch ein bisschen weniger steil hier etwa so wir sind die Schäfer worden ein Punkt jetzt gibt's glaubt drei Sternen weil es 30.000 sind 40.000 sogar uiuiui war es nur ein Stern New High School das ist ne Burg oh er hat nen Gaussauger aber es stirbt nicht glaub ich doch er fällt da runter und boom oh das war nicht gut für seine Seele das war einfach ne war nicht ein doch bitte beides genau gleich NEIN wirst du mich jetzt verarschen nein 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 neee die sind dämlich diese Vögel komm 2 0 0 0 0 0 015.000 ich glaube es gibt ein Stern 0 machen wir mal auf SD es ist dann ein Definition oder Machen wir mal SD, weil sie haben, wie das wäre Oh, oh Ich glaube, es wird schlechtere Qualität Schon klar Tweet Oh, nee, das ist... Ich merke eigentlich nichts Oder merkst du was? Nö Ja, also, eigentlich haben sie jetzt gesehen, wie das Spiel geht Oder? 10 Minuten, ja, das ist gut Ja, also Das war das Spiel, das wir euch zeigen wollten, Angry Birds Ja, also, wir haben immer noch eine Twitter-Page, wie immer Ja, die Fragmenta Studio Könnt ihr uns abonnieren, wenn ihr ja folgt Ja, also Und auf YouTube könnt ihr uns abonnieren Um weitere Videos nicht zu verpassen Wenn es euch gefallen hat, oder wenn ihr das Spiel toll findet Dann könnt ihr immer liken Und wir freuen uns über Kommentare In der Commentbox Kritik oder Lob ist egal, was wir verbessern sollen Ja, also, dann sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal In der Lage, die Fragmenta Studio